So, da sind wir wieder zum Soccerzone-Spiel. Lara Croft hat sie gar nicht ihren Leid. Du hast gesehen, wir haben eben gerade 600 Frames gehabt. Und, ja, es ging gerade gar nichts für eine Sekunde, okay. Baller, baller. Sprengst du sie, oder? Ne, jetzt kannst du sie auch so nicht. Oh, diese Pflanzen. Ich lasse sie. Hey, dann wäre es nicht leid, das zu sagen. Ich habe gerade gesprengt. Aua. Oh, der Bütte zu weit. Nein, nein! Hilfe! Jetzt fliegt sie aber richtig. Das müssen wir öfter machen. Ja. Das hatten wir ja vorhin bei dem einen Rätsel. Was fliegen sie da raus? Nein! Schau, sie ist schon mal der Geräusch. Nein, Spikes! Jetzt fliegen sie weg. Hier kann ich ja nein, pass auf. Ach so, da, ah ja. Ich sehe es gerade. Nein. Oh Mann, diese... Puste Blut des Todes. Ohohohoho! Kacke! Und ich war so nah dran der zweiten... Aber auf jeden Fall sterben wir hier mal. Das finde ich gut. Ja, aber es ist gerade kacke, weil ich richtig viele Punkte hatte. Ja, das stimmt. Und da hätte ich mir die Handkanone gehabt. So, ob optimal wird. So, komm. Okay. Warte! Woher machen wir denn jetzt auf Schalen? Warte! Warte! So, geht weg, die Spitzen. Ja, die Spitzen muss da aufpassen. Ja. Die haben noch lange... NEEIN! Huh! Wo ist der Bächern? Der ist eine Bombe? Der ist sogar da! Da ist der eine! Du bist ja auch am ersten mal Friede! Aber zum Glück hat mein Männchen noch ein bisschen jetzt. Ist wie ein Pinball hier! Wie ein Pinball! Wunderbar, schiebt das welcher! Von einer nicht! Kommt noch ein Roll! Mach das in Ruhe! Mach das in Ruhe! Sag mir nicht, dass mir 3400 gefehlt haben! Oh, das Geld ist ja zugebrochen! Lassen wir kurz die Oben hier die Steine? Wenn wir jetzt über die coolen Bummen kriegen! 380 Steine! Ja, das ist völlig... Soll ich jetzt auch gar keine Kills mehr machen? Oh, da liegt noch mehr im Gebüsch! Noch mehr im Gebüsch, das ist gut! Dann müsste es doch geschafft sein! Ja, das dachte ich! Oh, das ist halt! Ah, natürlich hatte ich schon nichts! Ah! Gut! Handkanon! Bin ich immer gespannt, was wir da bekommen! Du! In diesem Fall ich! Aber ich freue mich auch an... Dein Waffen! Ja, Kako hat es verdient, finde ich! Natürlich! Natürlich! Was ist da explodiert? Säulen auf einem oben hier rum! Woher soll man das denn ordentlichen Schaden bekommen? Ohne Ende! Das ist in diesem Spiel so hart, ne? Mit den Projektilen, die da rumfliegen! Ja! Ich freue mich gleich! Also das... Das sind so Steinsalamanderer, wie die zerplatzen da! Das ist irgendwie in tausend Stücke! Ich verstehe ich nicht ganz! Sind das zum Leben erweckte Steinwesen? Vielleicht, oder? Ja! War nicht auch der eine Gegner hier der T-Rex? Da war ja auch eine Steinstatue! Da haben sie ihn ja beschworen! Genau! Wollen wir noch mal den Mäppel? Gerne! Ja! Ich fände ihn nicht so... Lass uns dann mal oben rechts gehen! Dann haben wir noch was zum Loten! Fällt ich für den Profi? Ja! Und den Toren! Da ist bestimmt ein rotes Ding oben drauf! Nein! Ich schwöre mit dir, Alter! Was siegst du? Da oben ist ein roter Totenkopf! Roter Schädel! Na! Komm! Propheten! Komm, gib mir mal zu! Der Profi kommt ja von Propheten! Nein! Aber ich finde die Tese ganz interessant! Ja! Ich könnte das Gift nicht einschätzen, aber wir nehmen keinen Schaden! Wir nehmen keinen Schaden! Wir haben dann standen auf der richtigen Sprotter Stufe! Sprotte? Sprosse? Ist das ein Gegner? Nee, ist nur ein gefährlich wirkender Faun! Killerpflanzen! So... Irgendwas hier irgendwo... Greifen wir an, oder? Wir müssen das hoch! Ja! 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 Ich könnte mal im Menü gucken, was drin ist, ob wir die aus Versehen ausgeschaltet haben! Kann eigentlich dann wohl sein! Eigentlich! Ja, Dead Space stellt dir eine Schwierigkeitsgrad oben beim Speichern! Machst du dich mal hier auf die Säule hier hoch? Gerne! Ja! Da oben blickt ja was, ja? Das sieht gut aus! Ah, das ist so... Da müssen wir sogar hoch! Und ich bin auf die andere Seite! Dann werde ich jetzt mal was machen! Hier sind auch noch Dinger hier unten! Das scheint... Warte! Das ist noch ein zweiter Hebel! Ja, aber meiner bleibt ausgezogen! Ah, ok! Schiebe! Hier sind auch noch Schalter! Ok, was passiert jetzt? Jetzt geht's hoch! Was ist links an dem Gebäude vorbei? Hm... Und jetzt? Oh! Geht hier die Party! Geht Deckung nach links! Wir wachsen hier gerade überall! Ja! Ich glaube, wir werden hier jetzt gejagt! Cool! Von den Killerpflanzen! Aber durch Rollen ist man so imbar schnell! Ich konnte Schätze einbauen! Ist ein Kreis gedreht? Oh ja, sehr gut! Geil! Juhuu! Na, ich komme! Ich komme, Lara! Ne, hat nicht funktioniert! Also... Geht nicht immer mit den B-Dingen, ne? Das wird angezeigt! Ne, das wird angezeigt! Man drückt es eindeutig auch mehrmals! Also... Handkönnen! Bin ich mal gespannt, was die können! Ansonsten waren unsere Bonus-Herausforderungen sehr schlecht! Ich schäferle drücken! Peinlich! Peinlichst! Das ist nun wieder einer von diesen sehr involvierenden, Oscar-reichen Cutsims! Oh, was war das? Goldenes Auge... Ich muss eh mal ganz kurz gucken! Okay! Schädel! Reißen Sie die Mauer mit der riesigen Puppe! Vergiss es! Zerstören Sie alle Pfeilfallen! Was können wir denn? Was können wir versuchen? Zerstören Sie drei versteckte Ohren! Ich komme auch hin! Aber wir sind ja so unbeugig! Ich habe kurz ins Inventar geguckt! Mal schauen, was die... können! Ach! Jetzt wieder auf deinen neuen Wummer herumreiten, ne? Wieso hast du die nicht? Waffenkraft! Guck dir das mal an hier, Homie! Neh mich doch hier! Das Gewehr wird hier jetzt auch trotzdem mal aus dem Tausch geben! Ich hab ja nichts! Ich hab ja nichts! Hast du keine Handkanonen? Ich nehme an die Pum-Action! Ach, die Pum-Action ist ja auch nicht schlecht! Okay! Dann zeig mal deine Hand-Canons! Wow! Amazing! Boah! Totale Spannung! Aber du hast gesehen, die haben gut Power! Das heißt, da muss ich nicht oft schießen! Ja! Da sind ja auch schon die angeklärtigen... Sperrfalle! Und hier ist das Bällchen! Oh, oh! Tschöne! Yeah! Wollt! 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 Ich hab gerade keine Punkte dafür bekommen, weil ich ihn abgeschossen hab! Kann das sein? Aber der lebt noch! Hä? Wollen wir den nicht mehr mitnehmen? Wahrscheinlich, ne? Ist der unsterblich? Schau mal! Der setzt sich wieder zusammen, Hoffi! Was ist das? Ich bin mal mit dem Ballspielen hier beschäftigt! Kriegst du den? Der stirbt nicht, der Typ! Boah! Hast du das gesehen gerade bei mir? Du musst mit dem Ball überrollen! Ja! Und macht wirklich Schaden! Okay! Wollen wir den mal einen gemeinsamen Turbo-Boost hier hoch geben? Willst du den mal? Ja, okay! Vielleicht müssen wir den ja so filmen! 3, 2, 1, go! Wollt! 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 Dann springen wir auch nochmal! Na komm! Und wenn er dann tot ist, dann rennen wir durch, ne? Ja! Komm schon! Typ! Wo ist das Kübelchen? Was? Ach hier ist ein Ring! Du kämpfst! Oh! Hier! Lara, da hin! Danke! Das sind Spitzen! Schau mal! Da sind Spitzen auf ihn! Hä? Was muss er machen? Kann ich mir das einziehen? Kannst du hier äh... Speermäßig? Der Typ ist weg! Der Typ ist weg, okay! Ähm... Typ ist weg, okay! Ähm... Warte mal, ich versuch mal was! Sieht ja kurz so aus, aber... Hier haben wir ja auch wieder keine Gatten, ne? Was ist mit der Kugel hier, bitteschön? Die Kugel war, glaub ich, echt nur dafür da, um die Schwerfallen aufzuschreiben. Ich glaub, die haben wir jetzt rein optional hier auch hochgebombst. Ähm... Hä? Was können wir ja nicht mehr noch machen? Äh... Mett hatten wir nicht, ne? Nee, keine Karte hier verfügbar, in der Tat. Wollen wir was zurückgehen, was da los ist? Ja! Also irgendwie muss man die Dinger hier einziehen können. Vielleicht gibt's ja irgendwo so einen Schalter. Hier... Was ist mit dem Typen? Ist der jetzt irgendwann... Ist das die rechte... Warte, er kann bocken werden. Mhh... Mysterious shit! Ja, wir fahren ja... Wovon hier? Wovon hier? Wovon hier ist gut? Äh... Verwirrung pur! Machen wir auch schon mal. Ist das hier sehr... Ist das hier gut? So... Was ist das denn? Komm... Wir sind spitzi! Ich komme ein bisschen nach rechts kurz. Oder so. So... Der Jubel ist da festgefallen. Also was ich machen kann... Ich kann dir hier irgendwelche Dinger hinstellen. Und dann kannst du dich da hinziehen. Dann gehe ich jetzt einfach rein. Und jetzt. Ja, und dann? Jetzt ist die Frage, was ist los? Ich habe ja keinen Doppelschwung. Also wenn ich mich da jetzt ran mache... Dann gehe ich doch schon kaputt, oder? Ich probier's aus. Ach, ich kann von hier aus gar nicht... Gar nicht den Haken. Einen nach links vielleicht noch? Aber das passt auch nicht, ne? Aber ich... Ich weiß auch nicht, wie das denn gehen sollte. Ich weiß auch nicht, wie das denn gehen sollte. Wir haben ja irgendwas vergessen, oder? Wir haben ja nur eine Waffe, die da... Was ist das denn jetzt? Ooooooh! Mann Lara... Oh, dann fickt Wügel springen. Hier scheint hier aber auch kein Sinn zu erfüllen. Ja, cool. Hm... Ach, ich hab's! Oh, ey, wir haben's lange nicht mehr gehabt, Digga! Was ist denn jetzt? Du spannst ne Linie! Du spannst ne Leine, Homie! Und dann laufe ich da drüber! Und dann springe ich da drüber! Oder so. Ja, du bist ja der beste Forscher! Uh! Mein Güte! Ja, weil das Feature so lange nicht mehr hatten. Hatten wir lange nicht mehr, ne? Ja. Und jetzt kann ich ja auch ganz normal an der Wand lang. Uh! Da hast du aber DDR-Kahre abgeschnitten dabei! Achso, okay. So, dann geht's hier runter zu den... Neuse-Stationen. Hm. Da ist ein Head-Athlet. Wo ist das? 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 Da kannst du das stillen, oder was? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ja. Oh Mann. Oh ho komm! Whoa ho ho ho! Ich stand auf der Google-Welle Hat sich gelohnt. Hat sich gut gelohnt sogar. Was ist mit dem? Stirbt der eigentlich noch mal? Da unten siehst du den Schädel schon mal. Ja. Schau mal hier. Was ist das denn? Kann man da eine Granate rauf? Also Granat wäre... ... raufballen? Oh ja. Der war gut. So, jetzt habe ich den Schalter umgedreht. Keiner weiß, was es betätigt hat. Hier das vielleicht? Ja, da müssen wir mal gucken. Was war denn links noch? Links geht es auch noch weiter. Hier ist ja irgendwo was zum Anhängen. Ach ja, gib mir doch mal. Ein Leinchen. Genau. Da hängen darfst du glaube ich nicht damals. Ist ja gar nichts. Runter. Spiel. Hier. Da ist er. So. So. Voll duft der halt. Der andere bisschen mitlaufen. Aber reicht. Yeah. Gut. Zerstören sie drei versteckte Ohren im Moment. Ah nein. Haben wir hier links jetzt schon wieder verpasst? Oder ist das hier das Optionale? Hier ist das Ohne. Ohne gefunden. Eine von den dreien. Mhm. Dürfen wir nicht die Augen verlieren. Ja links. Und die war wieder so fakey unterwegs. Wollen wir nochmal. Was sagt denn die Karte? Ich glaube ich hier komme niemals ohne wieder zurück. Ja. Gehen wir mal an die andere Richtung. Wie rollt er wieder so hässlich in der Gegend rum? Fieser Möp. Oh das sind die anderen. Die anderen beiden. Ah. Oh Mann. Gehen wir mal im Gegner. Hilfe. Hier Fofi. Ah der chargt mich. Richtig übel. Oh Mann der Time her. Oh. Aber ich habe ihn gleich in den Gegner. Jawohl. Herausforderungen hier. Und wir haben glaube ich alle 3 Runen bekommen. Alle 3 Urnen. Ja. Sehr schön. Dann sehen wir uns bei der nächsten Herausforderung wieder. Se-Bam Homest. Döööööööö